Hallo, ich bin Li und heute lesen wir ein Märchen von Hans Wachhusen. Möchtest du keines meiner Hörbücher mir verpassen und auch immer mit dabei sein, wenn es etwas Neues in meinem Shop gibt? Dann klick einfach auf die Links in der Beschreibung unter dem Video für ein gratis Abo und die neuesten Shop-Designs. Des Königs Fernrohr Hört an! Es war einmal ein König, der hatte viel Land und Leute. Sein Reich erstreckte sich von Aufgang bis Niedergang der Sonne, auch herrschte viel Gelehrsamkeit und Verkehr in demselben. Und das, meinte er, sei sein Werk. Aber seine Untertanen sagten ihm nach, er sei zwar ein recht guter König, Doch lasse er sein Land durch seine Minister und Beamten regieren, die es aussögen, Den König hintergingen und nur für ihren eigenen Säckel sorgten. So kam es denn, dass sehr viele Bittschriften von Unglücklichen im Schlosser einliefen. Von diesen aber kamen nur sehr wenige in die Hand des Königs, Und auf die wenigen, welche ihm vor Augen gelangten, antwortete er, Es sei unmöglich, dass er alles selbst übersehen könne. Seine Minister seien alle brave Männer, die würden das schon besorgen. Übrigens sei sein Land das allerglücklichste der Welt. Das war aber keineswegs der Fall, denn im Lande sah es von Jahr zu Jahr immer trüber aus. Die Bürger verarmten, die Reichen verschluckten den Schweiß der Armen, Und je mehr Minister der König anschaffte, desto schlechter wurde es. Da kam eines Tages ein reisender Brillenhändler in das Schloss des Königs. Der sagte, er komme aus dem Fernorient und habe Gläser erfunden, Durch welche man alles sehen könne, was man wolle. »Das wäre«, sagte der König, »wenn du also wahr sprichst, So gib mir ein Glas, durch welches ich über mein ganzes Land blicken Und alles sehen kann, was in demselben vorgeht.« Und der Brillenhändler gab ihm ein großes Fernglas, Das war von außen ganz schwarz und wohl drei Ellen lang. Darauf reiste er ab. Der König aber stieg auf die höchste Zinne seines Schlosses Und schaute hinaus in sein Land. Aber was sah er durch dieses Fernglas? Fast nichts als Armut und Elend in den Hütten, Hade und Neid in den Häusern der Reichen, Übermut und schändliche Ausschweifungen in den Palästen. Er sah in den Hütten der Armen die Söhne ihrer eigenen Eltern hinausstoßen Und abgezehrte Kinder an trockenen Knochen und Schuhsohlen nagen. Er sah in den Werkstätten der Handwerker die Arbeit ruhen Und die Väter und Mütter ihre Hände vergebens nach Brot ringen. Er sah in den Schwellen der Reichen den Bettler unbarmherzig verjagen Und in den Palästen der Vornehmen das Geld aufgestapelt, Das er alljährlich prägen ließ. Das ist ein schändlicher Betrüger Rief der König aus und warf das Glas beiseite. So sieht es in meinem Lande nicht aus, Denn mein Land ist das allerglücklichste der Welt. Und der König schaute nie mehr durch dieses Glas. Und er setzte einen Preis aus für denjenigen, Welche ihm den Betrüger zur Stelle schaffen könne, Der ihm dieses Fernglas verkauft. Aber niemand fand ihn, Und alle Nachforschungen blieben vergebens. Wohl ein Jahr war verflossen. Da trat der reisende Brillenhändler wieder in das Schloss. Der König fuhr ihn hart an und befahl, Ihn verhaften und in Ketten zu legen. Hoher König, sagte der Brillenhändler, Du befahlst mir ja, dir ein Fernglas zu geben, Durch welches du alles sehen könntest, Was in deinem Lande vorgehe. Dein Glas lügt aber, rief der König. Mein Land ist das glücklichste der Welt. Gib mir ein Fernglas, Durch welches ich meine Untertanen glücklich sehen kann. So soll dir vergeben sein. Und der Brillenhändler gab dem König ein anderes Fernglas. Das war außen ganz weiß und ebenfalls wohl drei Ellen lang. Dann reiste er wieder ab. Der König aber stieg auf die höchste Zinne seines Schlosses Und schaute in sein Land hinaus. Wohl sah er viel weniger durch dieses, Als durch das vorige Glas. Aber was er sah, Das war Glück und Frieden. So sieht mein Land aus. Ich wusste ja, dass es glücklich sei, Sagte er und stieg wieder von der Zinne herab Und lobte seine Minister dafür, Dass sie sein Land so glücklich verwalteten. Also verging wohl ein Jahr, Währenddessen der König alle vier Wochen Auf die Zinne seines Schlosses stieg Und ausschaute. Er sah mit jedem Male immer weniger durch das Glas. Aber was er sah, Das war Glück und Frieden. Endlich konnte er gar nichts mehr Durch das Fernglas sehen. Er gab es seinen Dienern, Die es putzen sollten, Denn der König meinte, Es sei von dem langen Gebrauch Wohl blind geworden. Aber so viel die Diener auch putzten, Das Glas blieb blind. Der König in das wusste, Dass sein Land glücklich sei. Und wieder verging ein Jahr. Da brach im Lande ein Bürgerkrieg aus. Die Paläste der Reichen Ging in Flammen auf, Und eine Seuche verbreitete sich Über alle Provinzen. Die Unruhen ließ der König zwar dämpfen, Aber die Seuche wütete fort Und warf den König selbst Aufs Krankenlager, Der noch immer geglaubt hatte, Dass sein Land glücklich sei. Denn seine Minister Hatten es ihm ja gesagt. Da lag nun der König, Und mehr als die Krankheit Folterte ihn der plötzlich In ihm aufgetauchte Gedanke, Dass sein Land Doch wohl nicht glücklich sein müsse. Seine Krankheit wurde immer gefährlicher, Und die Ärzte meinten, Er werde wohl sterben müssen. Da kam eines Tages Ein Fremder vor das Schloss gefahren. Der sagte, Er sei ein Wunderdoktor Aus fernen Landen. Er wolle den König Wiederherstellen, Wenn man ihn Allein mit dem Kranken lasse. Als der König dies vernahm, Befahl er seiner ganzen Umgebung Hinauszugehen. Und als nun der Wunderdoktor An sein Bett trat, Da erkannte er Den Brillenhändler. Dieser legte dem Krankenkönige Die Hand auf die Brust. Sogleich war es ihm wohler, Und noch am selben Tage Konnte er das Bett verlassen. Auch das zweite Fahnglas, Welches du mir gegeben, Ist falsch gewesen, Sagte der König Zu dem Brillenhändler. Denn während es mir Nur Glück und Frieden Im Lande zeigte, Brachen Bürgerkrieg Und Seuchen aus, Und zuletzt Wurde es ganz blind. Du hast mich Und mein Land Sehr unglücklich gemacht. Du hast es ja so gewollt, Antwortete der Brillenhändler. Als du ein Fernglas Von mir verlangtest, Durch welches du Alles sehen könntest, Was in deinem Lande vorgehe, Da gab ich dir das Schwarze. Und du sahst Durch dasselbe, Wie es in deinem Lande Zuging. So sah es aus. Aber du wolltest es Nicht glauben. Als ich wiederkehrte, Verlangtest du ein Glas Von mir, Durch welches du Deine Untertanen Glücklich sehen könntest. Ich gab dir Ein solches. Du sahst Die wenigen Städten Deines Landes In welche Hader und Elend Noch nicht gedrungen. Und als auch diese Endlich vom Unglück Verheert waren, Da sahst du nichts mehr Durch dieses Glas. Du glaubtest, Das Glas sei blind, Aber du selbst Nur warst blind. So gib mir denn Ein drittes, Durch welches ich Alles, Alles sehen kann, Was in meinem Lande Vorgeht, Mag es Gutes Oder Böses sein. Und der Brillenhändler Gab dem Könige Ein drittes Fernrohr. Es ist das Letzte, Sagte er Und verschwand. Der König aber Stieg mit dem Fernglas Auf die höchste Zinne seines Schlosses Und diesmal Sah er viel Elend, Aber auch Manches Glück. Er sah viele Schlechte Taten, Die er straft, Aufs Härteste. Er sah auch Gute Taten, Und die belohnte Er königlich. Viele Jahre vergingen, Das Land jedoch Wart nun blühend, Und seine Bewohner Wurden glücklich. Der König aber War zufrieden Und sagte, Jetzt ist nicht nur Mein Land glücklich, Ich selbst Bin es auch. Und als er endlich Auf dem Sterbebette lag, Da erschien ihm Der Brillenhändler Zum vierten Und letzten Male. Ach, Sagte der König, Mein Lieber, Dieses Fernglas Ist unbezahlbar. Lass es mir, Damit es auf Mein Sohn ich es vererbe. Es sei, Antwortete der Brillenhändler. Denn die Blicke Eines Königs Sollen nicht nur Die Glücklichen, Sondern noch mehr Die Unglücklichen sehen. Nun aber höre noch eins, Dieses letzte Fernrohr, Das ich dir gab, Enthielt gar kein Glas. Ich habe dir nur Die Augen geöffnet. Das war das Märchen Von des Königs Fernrohr. Wenn es dir gefallen hat, Würde ich mich freuen, Wenn du auf den Daumen hochklickst Und du das Hörbuch Mit jemandem teilst. Wenn du magst, Hören wir uns morgen hier Oder auf meinem anderen Kanal Lies Einschlafgeschichten wieder. Aber jetzt Schlaf gut.